Hallo zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Folge meiner Total Moral Rome 2 Online Battles. Diesmal die Nervia gegen Massilia auf der Karte Afjidah in der Wüste von Arabien. Kämpfe zwei Völker, die sonst nie aufeinander treffen würden in der Wüste. Und ich habe heute mich für die Nervia entschieden, was ein sonderbares Volk ist. Habe mit dabei insgesamt vier mal wilde Schwertkämpfer in der ersten Linie, die den Charge setzen sollen, um damit maximalen Schaden zu erreichen. Bevor der eigentliche Kampf beginnt, hingegen die eingeschworenen dahinter drei Stück an der Zahl, sondern eigentlich nur noch abräumen. Und da mein Generalstratege ist, kann das eigentlich noch ganz gut unterstützen. Ich habe da noch noch zweimal insgesamt nur keltische Steinsteuer mit dabei, da ich weiß, dass Massilia, wenn überhaupt nur Steinsteuer mitbringen wird oder gallische Jäger als Alternative dafür, denn die sind dann doch ein bisschen schädlicher. Davon kann er aber maximal nur drei Stück mitnehmen, weil es nur Söldeneinheiten sind bei ihm und deswegen können meine keltischen Söldenerkrieger dort optimal entgegenarbeiten. An meiner Flanke habe ich jeweils zweimal Freier Heerbanner mit dabei, an der rechten Flanke sogar zweimal mächtiges Pferd, was ich an der linken Flanke nur einmal mit dabei habe, wie wir hier sehen können. Dann zentral, einmal hinter meiner Linie sind dann die leichten Kavalleristen und nicht zu vergessen hier drüben noch die berittenen germanischen Kundschafter, wovon ich zwei Stück an der rechten Flanke mit habe, mit der ich dann mein Gegenüber angreifen möchte. Die Taktik heute ist eigentlich simpel. Wir wollen einen Nahkampf provozieren, so schnell wie möglich, denn es ist ein Rush. Das heißt also, wir chargen so schnell rein mit den wilden Schwertkämpfern, wie es nun geht und hauen die Eidgeschworenen hinterher, um dann sein Lier komplett zu destabilisieren und somit den Kampf zu gewinnen. Da Massilia sowieso nicht so bekannt dafür ist, gute Schwertkämpfer mitzubringen, sollten sie im Schwertkampf mir sowieso nicht überlegen sein. An den Flanken habe ich mich dafür entschieden, mehr auf die Masterstadtklasse zu setzen, um damit meinen Gegner einzuschüchtern. Dafür ist mein Defizit aber mehr im Fernkampf, denn nur zwei Steinschütter sind relativ wenig. Mein Gegenüber heute ist wieder mal Naschlapp. Mit dabei hat er insgesamt dreimal massilianische Hobliten, die wir in seiner ersten Linie sehen können, die auch noch die Moral pushen, was eigentlich nicht schlecht ist, und dahinter viermal Leinenpanzer-Schwertkämpfer. An der Flanke hat er jeweils einmal freie Herbahner mit dabei, um die Flanke zu unterstützen. Ein Tipp nochmal für euch vorweg, die Einheit so schräg aufzustellen, wie er es jetzt macht, bringt in der Wirklichkeit eigentlich nichts. Schlauer wäre es, den Trupp hier aufzustellen, mit einer kleinen Lücke zwischendurch. Hier wurde sowieso keiner durchgegangen und wir sind mal eben deutlich breiter wieder als vorher. So, dann hat er noch mit dabei, zweimal per Tasten hinten im Hintergrund zu stehen. Er hat an seiner rechten Flanke einmal leichte Kavallerie, genauso wie an seiner linken Flanke. Den Trupp können wir drüben sehen. Und er hat dann auch noch mit dabei einmal Plankler-Kavallerie, was an der rechten Flanke widersteht. Dann dürfen wir nicht vergessen, hat er noch einmal, zweimal mit dabei, die Lanzen-Hippeis zentral als Reserve. Und was wir jetzt nicht sehen können, insgesamt dreimal Gallischie-Jagd-Sünder, die hier vor seiner ersten Linie stehen. Gut, ich habe natürlich jetzt eine offensive Strategie, werde deswegen auch schnell den Nahkampf suchen. Anfangs versuche ich aber erst mal noch ein bisschen zu kaiten. Vielleicht kann ich dadurch ein paar Schlüsseleinheiten ausschalten oder einen Fehler locken, wie zum Beispiel leichte Kavallerie oder auch Plankler-Kavallerie. Dafür eignen sich zum Beispiel meine berittenen germanischen Söldner-Gutschafter ziemlich gut. Da sehen wir auch, ich marschiere direkt vorwärts, ohne wirklich Luft zu lassen, kann man sagen. Also da ist dann echt kein Ende. Einfach offensiv rein, ne? Nein, ich wollte mir die leichten Kavallerie hier drüben schnappen, da die ja wirklich eigentlich nur ein Angebot sind für mich. Oder auch die Lanze-Peis. Beides wäre ein Wunsch für mich, weil ich die Lanze-Peis dann doch lieber gerne, also eigentlich viel lieber beschossen hätte. Deswegen versuche ich da auch möglichst schnell hinzugehen, aber wir sehen jetzt gleich, dass hier drüben seine Jagd zu hindern. Wir versuchen dann Strich durch die Rechte zu machen, indem sie mich beschießen und dabei jetzt schon einer meiner Reiter gestorben ist. Naja, nicht so schlimm. Ich marschiere jetzt deswegen auch vorwärts, weil ich wusste, okay, ich muss jetzt nicht unnötig lange warten. Da können wir auch ruhig in den Nahkampf mit reingehen, indem wir jetzt hier noch zeitgleich an mehreren Flanken beschäftigen, denn während er hier beschäftigt ist, gehe ich noch vorwärts vor. Das heißt also, dass er hier auch noch bald unter Zeitdruck gerät und er muss immer darauf achten, was ich hier tue. Er schickt auch seine Kavallerie an der Flanke vorwärts, was von ihm auch noch ein bisschen Micromanagement erfordert. Heißt also, er muss sich auf diesen Teil genauso stark konzentrieren, wie er sich auf den Teil konzentrieren muss und auf den Teil hier. Deswegen schaffen es auch meine Pünderer hier drüben, ähm, äh, Kundschafter meine ich, seine Kavallerie drüben schon ein bisschen zu beschießen und ein paar Männer mitzunehmen, was ja im Endeffekt gut für mich lief. Seine Bogenschützen beschießen mich zwar noch weiter, treffen aber hier zum Glück leider keinen weiteren Mann. Leider, zum Glück keinen weiteren Mann. Ich habe jetzt auch die Nahkämpfe schon angesagt. Da ich aber eintritt, überhaupt mehr habe in der Linie. In der ersten Linie habe ich meine, äh, wilden Shadkampfe hier drüben noch zurückgehalten, so dass meine restlichen in Ruhe in Charge zu kommen. Ich habe noch einen Reserve-Trupp, den ich dann einsetzen kann und mich um den Rest seiner Armee zu kümmern. Hier drüben schickt er seine leichte Kavallerie durch, dieses kleine Fleckchen an Gebüsch. Ja, ich verschwinde jetzt natürlich hier und ich sehe es nicht mehr. Glück gelaufen für mich im Endeffekt, denn ich sehe es jetzt gerade nicht, aber gut. Ich habe es gewusst, dass er da ist und wusste, dass ich darauf reagieren muss. Er nutzt natürlich seine Chance auch, sieht, dass meine Flanke hier drüben, die deutlich schwächere ist und stellt seine Kavallerie nach hier, um mich schon dementsprechend zu provozieren und auch anzugreifen. Viel Zeit ist da nicht mehr hin. Meine wilden Schwertkämpfer gehen jetzt auch vorwärts, sind auch schon fast da. Hier drüben ist meine Kavallerie da, um seine Fernkämpfer aufzureiben. Da ich, dass er hier ziemlich lang gewartet hat, doch um keine weitere Kavallerie kann ich da einfach reingehen. Jetzt beginnt hier drüben auch der Charge, den schauen wir uns mal direkt an. Da sehen wir jetzt hier, einmal schön Speer geworfen, rein in den Nahkampf und da leiden natürlich die masselianischen Mobiliten enorm. Zack. Einmal schön im Nackenreihe. Na ja, an der Flanke hier sieht es ganz gut aus. Meine Kavallerie kann ich jetzt darauf konzentrieren, hier drüben seine Fernkämpfer weiter zu jagen. Hier hinten seine freien Herbahner werden von meinen Herbahner gecatcht. Von der Flanke ergriffen wurden, naja, machen sie halt noch mehr Verluste und ich habe einen weiteren freien Herbahner-Trupfe zur Verfügung und der unterstützen kann. Hier drüben steht jetzt gerade so eine kleine Lücke, wo er dann durchschlüpfen kann, was ich nicht gut heiße. Das war ein Fehler von mir, aber da muss ich jetzt leider noch mit leben. Ich schicke meine Infanterie auf meiner rechten Flagge drum herum und versuche hier in den Rücken noch reinzukommen. Kavallerie genauso und versuche hier jetzt auch immer das Leben schwer zu machen. Wir sehen hier seine Bogenschützen, seine Paltasten sind hier auch beschäftigt. Hier drüben seine Kavallerie kümmert sich auch darum, seine gallischen Jäger zu retten. Also da sieht es sich ganz so gut aus für ihn. Da ich das jetzt sehe, hier aber noch mal beschießt, verliere ich hier drüben mal vorher viele Männer, was ehrlich für mich wieder ist. Ich charge jetzt mal in sein General rein, in der Hoffnung, dass er mich dann hier jetzt hoffentlich nicht bemerkt. Er hat mich aber bemerkt und dadurch leiden meine mächtigen, also mein mächtiges Pferd natürlich tierisch als Druck und wir sehen, der Druck wird einfach fertig. Ich schicke jetzt meine freien Herbahner hier drüben noch zur Unterstützung dazu, um hier seine leichte Kavallerie mit zu ermetzeln, dass meine berittenen germanischen Kundschafter hier seine Fernkämpfer noch aufreiben können. Hier drüben läuft die Linie auch eher gut. Er hat seine Kavallerie, wie gesagt, auch hier drum gesneakt. Ich habe jetzt meine Kavallerie da auch entgegengeschmissen, um seinen Lanzenpais aufzureiben. Meine Fernkörper schmeißen drauf, meine Herbahner kämpfen dagegen und seine Plankler kam da drüben, steckt die auch mitten im Nahkampf. Chancen hat es natürlich keine, aber ich muss mich ja darum auch noch kümmern. Jetzt versuche ich hier im Rücken mit meinem wilden Schwerter noch mal in Reihen zu chargen. Wir sehen, das macht natürlich ordentlich Schaden. Seine Infanterie leitet die Tiere stürmt, da seine Obliten sind auch gleich weg. Seine Schwertkämpfe auch gleich. Er versucht mit seinen Lanzenpais von da drüben noch mit rein zu chargen. Diesmal konnte ich mit einem mächtigen Pferd allerdings in Charge setzen, der ihn abgefangen hat, ohne dass er großen Schaden bei mir setzen kann. Und meine Herbahner kommt zur Unterstützung dazu, um den Rest des Kampfes noch quasi zu dominieren. Tja, alles in allem läuft es noch relativ solide. Die Flanke kämpft hier drüben immer noch mit den Freien Herbahner. Aber es sieht gut aus für mich und hier habe ich jetzt den Kampf auch gewonnen, deswegen kann ich meine Herbahner herumstecken, um mir zu unterstützen. Meine Steinschütterer sollen sie jetzt mit dem Feuer mehr darauf konzentrieren, seine Fernkämpfer zu beschäftigen, damit hier keine weitere Gefahr mehr darstellen, während hier drüben seine Linie komplett aufgerieben ist und hier gleich hinterher geschlüsselt wird nochmal. Wir sehen hier auch seine massilianischen Obliten, die leiden hier natürlich tierisch und da an seiner Lanzen und zu weiß, nein, Potschettkämpfer natürlich genauso. An der Flanke wird jetzt einfach auch die Masse ausgenutzt, um ihn da aufzureiben und meine Obliten, äh meine Obliten, meine Freien Herbahner kommen an der Flanke vorbei und sollen sich jetzt hier drüben auch die Palletasten schnappen, damit die weiter beschäftigt werden. Meine Kamerlärie ist jetzt hier drüben leider endgültig tot, deswegen muss ich jetzt mit dem mächtigen Pferd, was noch übrig ist, so viel und so gut wie möglich arbeiten, um die Fernkämpfer zu beschäftigen, aber das ist auch kein Problem. Die schicke ich einfach außen rum und die kümmern sich dann schon drum. Aber da meine leichte Kamerlärie übrigens hier drüben noch den Kampf gewonnen hat, wurde das eigentlich schon ein relativ lockeres Ding noch. Wir sehen, die Schwertkämpfer und die Obliten werden hier drüben weiter zermetzelt. Mein Generalkämpfer hier drüben noch gegen seine Leidenfahrt der Schrittkämpfer und da sehen wir auch schon, der Kampf wird hier auch wieder gewonnen, also mittlerweile ist er doch ziemlich eigentlich und die Altgeschwerte haben hier ordentlich gut gearbeitet. Die Wildenschwerter genauso gut haben ordentlich Kills gemacht. Wir sehen es hier, 109 Kills, ist schon eine ordentliche Hausnummer. 123 hier drüben und es ist echt, echt nicht ohne. Die haben schon ziemlich guten Charge gesetzt. Problem bei denen ist halt immer, dass er, was defensive Werte betrifft, nicht ganz so gut sind, deswegen da immer ziemlich einstecken müssen, aber es hat hier ganz gut funktioniert. Die Leidenfahrt der Kämpfer sind geschlagen hier drüben auch wieder und da hinten die restlichen Einheiten, die noch fliehen, werden jetzt in der Kavalerie ja auch gleich komplett fliehen. Dadurch ist die Schlacht dann auch gewonnen. War eine schöne Schlacht gegen Naschlapp. Ich hoffe, euch hat es dir gefallen. Wir schauen uns jetzt mal die Statistiken an und sehen dabei, dass meine freien Herbanner generell sehr gut abgeschnitten haben. Genauso auch meine wilden Schwertkämpfer grundsätzlich viele Kills gemacht haben. Da bin ich mir zufrieden. Auch die Altgeschwerte haben gut gekillt und die Kavalerie hingegen dafür weniger. Aber naja, man kann halt nicht in allem immer Glück haben, dass es überall gut läuft. Mal läuft es irgendwo besser, mal weniger. Aber auf jeden Fall war es eine schöne Schlacht. Was wir jetzt noch bei Naschlapp sehen, ist, dass die Obliegen wirklich wenig Kills gemacht haben. Da haben sie sich leider verkalkuliert. Aber trotzdem haben die, dadurch, dass sie meine Charge abgefangen haben von meinen wilden Schwertern, haben die ordentliche Erschöpfung reingepumpt bei meinen Einheiten, sodass ich seine Leinemanzerschwertkämpfer nicht so leicht ohne weiteres besiegen konnte. Seine Jägersöldner haben ihn gegen Gutkills gemacht. Wir sehen hier, 60 ist eine ordentliche Zahl. Und seine Peltasten mit 76 auch nicht gerade schlecht. Auch die Landsempfeis von Generalen nicht schlecht und auch die leichte Kavalerie hier drüben nicht. Ja, so ist es halt manchmal. Ich hoffe, euch hat die Online-Schlacht heute gefallen. Und falls ihr Interesse an mehr habt, dann schaut doch mal vorbei auf meinem Kanal. Immer montags bis Donnerstag, 16 Uhr kommen neue Online-Schlachten. Und falls ihr was Neues dazu lernen wollt, dann kann ich euch nur meine Nations Guides empfehlen, die immer samstags und sonntags um 16 Uhr kommen. Und da könnt ihr auch mal ruhig jetzt draufklicken. Die sind immerhin in der Endcard vertreten. Ich würde mich auch sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen, falls euch dieses Video gefallen hat, damit ich weiß, was euch gefällt. Kommentare sind mir wichtig, denn ich möchte meine Videos verbessern. Das geht nur, ob ihr nicht mehr sagt, was euch nicht gefällt. Also rein damit. Und Livestreams auf Twitch mache ich auch immer montags um 19.30 Uhr. Total War Arena oder auch andere Total War Teile. Also mal reinschauen, dann können wir zusammen ein bisschen daddeln. Facebook und Twitter habe ich auch. Und die NSA schaut da gelegentlich rein, um mein Privatleben ein bisschen abzuschecken. Das könnt ihr auch tun. Also sehen wir uns vielleicht da. Ciao, bis zum nächsten Mal. 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 – Vielen Dank.